Am grünen Donnerstag kam ein Anruf vom Zollamt in München, dass ein Affe ankommt, den sie sicherstellen müssen, ob ich ihn aufnehmen würde. Klar nehmen wir einen Affen auf, weil das ein Tier, das Hilfe braucht. Und gestern kam dann auf, das ist dieser Affe vom Justin Bieber. Und seitdem geht der Teufel los. Also wenn er jetzt gar nichts übernimmt, dann wird das Tier erst einmal hierbleiben. Der Zoll hat jetzt einmal erklärt, dass sie für vier Wochen aufkommen. Wenn er sich bis dahin nicht gemeldet hat, wird der Zoll wahrscheinlich das Tier freigeben. Es geht dann an uns über und wir werden dann für das Tier einen geeigneten Platz suchen. Allerdings keinen Privatplatz, wo das Tier alleine ist, sondern einen Platz, wo das Tier artgerecht gehalten wird. Justin Bieber hat ja diesen Affen zu seinem 19. Geburtstag am 1. März schon geschenkt gekriegt. Wenn er sagt, der Affe ist jetzt 14 Wochen, das heißt, mit neun Wochen hat man das arme Viech von seiner Mama weggenommen. Er wird jetzt von den Kollegen hier versorgt, gefüttert und so weit wie es uns möglich ist, betreut. Was ist das jetzt, was die ihm übergibt? Die Mama können wir ihm nie ersetzen. Er hat jetzt dieses Stofftier, was er auch beim Justin Bieber schon auf dem Fruchtel hat im Internet. Als seine Ersatzmama, dann klemmerte er sich immer da dran.